Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns immer noch auf dem Stand der Firma Schmitz Cargobal, an meiner Seite der Herr Rohrsen. Herr Rohrsen, willkommen auf der IAA in Hannover. Herzlichen Dank, das können wir gebrauchen. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an unsere Kunden. Unsere Kunden ist nämlich das Allerwichtigste. Was wir momentan brauchen, ist wieder diese Stimmung auszunutzen, im Sinne dessen, dass wir Lösungen zeigen wollen, die eine Funktion darbringen, wo unser Kunde natürlich auch wieder Geld verdienen kann. Und das wollen wir natürlich auch dem Kunden zeigen, wo er Geld verdienen kann und natürlich auch die Stimmung wieder zu einem Optimum bringen. Das heißt, Transport wird gebraucht. Transport ist das, was wir in der Volkswirtschaft auch als wichtigen Faktor immer wieder ein wenig vernachlässigen. Und das wollen wir zeigen, dass wir etwas können, zusammen mit den Kunden, mit den Spediteuren und natürlich auch mit Schmitz Cargobal. Das hört sich schon mal sehr gut an. Und das hört sich schon mal sehr gut an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017